Heute lernen wir ableiten, nach welchen Regeln das funktioniert. Zunächst mal ganz ohne zu verstehen warum, sondern wir haben die Funktion f und x mit irgendeinem Funktionstau und der ordnen wir eine neue Funktion zu, die nennen wir f' Bedeutung kommt alles noch. Wie heißt so eine Art von Funktionen, wenn da steht x hoch n? Wie nennt man die? Kurdenzfunktion? Ja. Das ist eine Potenzfunktion und da gibt es eine ganz simple Regel, wie man die ableitet, nämlich x hoch n abgeleitet gibt. Kommt schon, Carina. n x hoch n minus n. Also die sogenannte Potenzregel, die Hochzahl wandert nach vorne und wir ziehen einfach 1 ab. Also ganz simples Einstiegsbeispiel bei x hoch 3, wie lautet da die Potenzregel? 3 x hoch 2. 3 x hoch 2. 3 wandert nach vorne. 3 x hoch 8, genauso einfach. 8 x hoch 7. Und so weiter. Egal was da steht, immer dasselbe. Es gibt zwei Spezialfälle, die am Anfang ein bisschen Probleme bereiten. Wenn da nur x steht, wenn da nur x steht, welche Potenz haben wir dann? 1. Das macht einen Gedanken, braucht er da nicht mehr hinschreiben, ein bisschen Übung. x hoch 1. Was passiert, wenn ich das ableite? Das wird dann so x hoch 0. Jawohl. Also 1 wandert nach vorne, x hoch 0. Das schreibt man so nicht hin, sondern x hoch 0 ist 1. Jawohl. Das sollte doch eignen. x abgeleitet gibt 1, ohne dass er den Zwischenschritt braucht. Dann weiterer Spezialfall. Die konstante Funktion 1, denn wenn man das als Hilfe braucht, wie viele x stehen da, wenn da nur 1 steht? 1, also 0. Und wenn wir die 0 nach vorne holen, was passiert dann? 0 mal, egal was da steht. Da kommt 0 raus. Jawohl. Das wird man geometrisch in 1, 2 Stunden tatsächlich noch ganz deutlicher verstehen. Also ganz, ganz simpel Potenzregel anwenden. Das erste Mal, wenn man ein bisschen mehr arbeiten muss, ist so eine Funktion. 1 durch x². Das schreibt man 1 mal x hoch minus 2. Jawohl. Das 1 mal kann man sogar weglassen, also nur x hoch minus 2 nach Potenzgesetzen. Und dann kann man wieder die Potenzregel anwenden. Minus 2x hoch minus 3. Sehr gut. Welcher Fehler passiert da am Anfang gerne? Wenn man minus 1 hat, dass man dann aus Versehen... Dass man aus Versehen plus 1 rechnet. Genau. Oder hier, wenn man minus 2 hat, dass man dann auf minus 1 kommt. Oder das ist nicht gesagt, minus 2 minus 1 gibt minus 3. Das schreibt, wenn man mal weiterrechnen will, meistens noch um. Ja. Minus 2 durch x hoch 3. Sehr gut. Wunderbar. So, jetzt weiter. Wenn wir die Wurzelfunktion ableiten wollen. Auch da können wir nicht direkt Potenzregel machen, sondern... Das wird es ja auch gleich so ranheißen. Jetzt wieder Potenzregel anwenden. x hoch 1 halb. Abgeleitet. 1 halb x hoch minus 1 halb. Gut. Auch das wiederum schreiben. Dann hole ich zwei Schritte. x hoch minus, was auch immer. Was passiert, wenn x hoch minus dasteht? Vertraut? Alles durch. Jawohl. Also steht da 1 durch x hoch 1 halb. Und das schreibt man wieder um als... 1 durch Wurzel x. Jawohl. Und weil jetzt hier noch das ein halb davor steht... Kein halb mal. Genau. Oder... Auf einen Hochstrich... 1 mal 1 ist 1. 2 mal Wurzel x ist 2 Wurzel x. Und das würde ich mir tatsächlich so auswendig merken. Das wird häufig auch Wurzel ableiten, aber auch da nicht diesen Umweg. So. Wenn jetzt vor so einer Potenzfunktion ein Vorfaktor davor steht, zum Beispiel ein halb... Dann bleibt sie stehen, also wird nicht abgeleitet. Jawohl. Das heißt, was kriege ich als Ableitung von 1 halb x hoch 4? 1 halb bleibt stehen. Ja. 1 halb 4 mal x hoch 3. Jawohl. Und das fasst man noch zusammen. 2 x hoch 3. Wie nennt man die Art von Regel, wenn ein konstanter Vorfaktor davor steht? Den ich dann einfach stehen lasse. Faktor Regeln? Ja, oder? Also, auf deutsch einfach, die konstante Vorfaktoren bleiben stehen. Mit dem passiert gar nichts beim Ableiten. Wichtiger Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen der Funktion und der? Einmal steht ja ein Mal davor. Und einmal ein Plus. Und bei dem Plus tut man das, was da eben davor steht, auch Ableiten. Und du hast hier gleich welche Regel noch angewendet. Wenn hier ein Plus steht, was gesagt, leitet man die beiden Einsen ab. Wie heißt die Regel? Ja, vielleicht Summenregel. Genau. Die Summenregel heißt nichts anderes als bei einer Summe von Funktionen bleibe ich einzeln ab und lasse das Plus oder Minus dazwischen stehen. So, was ist die Ableitung von ein Halb? Da müsst ihr an das Beispiel von vorher denken. Jawohl. Jetzt, das ist der Unterschied. Hier bleibt es ein Halb stehen, weil es ein Faktor ist. Hier ist ein Summand, da ist die Konstantfunktion Halb, die fällt weg. Was kommt also hier raus als Ableitung? Das hier ist weg. Ja. E-Zu-Faktor. Jawohl. Nochmal ein Beispiel zur Summenregel. Jetzt mal mit einem Sinus noch drin. Da gab es einfach zwei Regeln, die wir bisher nur auswendig genannt haben. Was ist die Ableitung von Sinus? Cosinus. Jawohl. Das müsst ihr einfach erstmal auswendig wissen. Begründung kommt, wenn wir wissen, was die Ableitung bedeutet. Wieder Summenregel anwenden. Was gibt es hier vorne abgeleitet? X Quadrat. Jawohl. Warum X Quadrat? Da steht doch ein Drittel davor. Weil ich drei nach vorne gezogen wird und ein Drittel nach vorne gezogen wird. Und ein Drittel nach vorne sei so eins. Sehr gut. Und wir sollten tatsächlich, wenn man ein bisschen übt, das einfach in einem Schritt erkennen. Dreimal im Drittel ist eins. Dann kann man es gleich weglassen. Und das Plus Sinus wird zu. Laut? Plus Cosinus. Genau. Letztes Beispiel zur Summenregel. Die gilt natürlich auch, wenn hier ein Minus steht und wenn es mehrere Summanden gibt. Was ist die Ableitung von der Funktion? Nach der mehrfachen Summenregel. Auf geht's. Ja? 4 X zum 3 sind 2 mal 3 X Quadrat. Jawohl. Machen wir 2 mal 3 gleich in den Kopf. 6 X Quadratrat. Und die Plus 2? Fällt weg. So ist es. Zack. Plus 0, aber das schreibt man nicht hin. Gut. So, jetzt kommen die ersten Fallen. Wenn ich sowas hinschreibe. Bei Summen haben wir gesagt, wir leiten einfach einzeln ab. Was darf man hier nicht machen? Ähm, einzeln ableiten. So ist es. Das heißt, wenn er hier das ableitet, mal das abgeleitet, komplett falsch. Es gibt hier nur eine richtige Lösung. Was muss ich mit der Funktion machen? Man muss Wurzel X zu X hoch 1 halb umschreiben. Jawohl. Und dann zusammenfassen. X Quadrat mal X hoch 1 halb. Das ist dann X und dann 1. Du hast hier oben was gemacht? Mit den Potenzen? Ne, 2 mal 1 halb. Genau. Man muss aber... Plus rechnen. Also Potenzgesetze. Wenn ich 2 Potenzen mit der gleichen Basis mal nehme, werden die Hochzahl addiert. Probier es nochmal. Und erst jetzt können wir es ableiten. Was ist die Ableitung? Wieder Potenzregel anwenden. 5 halb X hoch 3 halb. Wenn man möchte, kann man das umschreiben. X hoch 3 halb. Wie kann ich das mit Wurzelsymbolen schreiben? Wer? Mit 2 Wurzel von X. Fabi? Was wolltest du schon sagen? Ich wollte das gleiche sagen. Wurzel von X hoch 3. Die 2 wandert hier vor. Also die 2 Wurzel, das schreibt man nicht hin. Dann ist das 5 halb Wurzel aus X hoch 3. Und nochmal. 1 in Ableitung des Mal stehen lassen, komplett falsch. Also so einfach ist die Produktregelung. Wenn sowas dasteht, ist auch ein Produkt. Was können wir hier nicht machen? Hier haben wir ja einfach Potenzgesetze angewendet. Das ist hier nicht mehr möglich. Wir können X Quadrat und Cosinus X nicht mehr zusammenfassen. Und da, das wäre natürlich sehr gemeint, sowas in der Arbeit zu fragen, aber falls sowas dastehen sollte, einzig richtige Antwort jetzt ist, das können wir noch nicht. Nächstes Jahr lernt ihr die sogenannte Produktregel kennen, wie man das ableitet, aber das ist jetzt nicht vorgesehen. Also wenn ihr nicht zusammenfassen könnt, so wie hier, Finger weg, dann geht das Ableiten nicht. So. Zähler und Nenner einzeln ableiten, komplett falsch. Was muss man stattdessen machen, wenn so kurz hier nicht dasteht? Und wenn man das nicht kann, dann geht es nicht. Wenn man da sowas, der schon wieder dasteht, könnte dann nicht ableiten. Ja. Man macht eben, oder zwei verschiedene Brüche. Einmal X durch 6X Quadrat, einmal 3X Quadrat durch 6X Quadrat. Und den zweiten kann man dann kürzen. Sehr gut. Also einfach hochrechnen, ihr dürft hier oben beide Summanden durch den Nenner teilen. Den hinteren, der ist leichter. Ja, laut. Zack, glaube ich. Ja, 1,5. So, das ist gut. 1,5, die X Quadrat, die kürze Sicht, bei 6 ist 1,5. Was bleibt da vorne stehen? Ich habe oben ein X, unten habe ich X mal X. Wenn ich die kürze, wo bleibt das X stehen? Nina? 1 durch 6X. Jawohl. Und damit ich das wieder ableiten kann, muss ich hier einen letzten Schritt machen. Nämlich 1 durch 6X schreibe ich die um. 1 durch 6X hoch minus 1. So. Wenn ich so gucke, hier kommt... Nein. In die Klammer. Wenn man das so machen möchte, müsste man hier eine Klammer setzen. Tatsächlich braucht man aber nur das X nach oben schreiben. Welche Zahl bleibt dann hier stehen, wenn ich nur das X nach oben schreibe? Das Sechste. Genau. Versteht ihr das? Also bis zum Sechste lasse ich einfach stehen und nehme nur das X nach oben. Null sein Halb bleibt dann stehen. Und jetzt kann man es ableiten. Nämlich. Ja. 1 Sechste mal minus 1 X hoch minus 2. Und das andere steht ja kein X dabei. Deswegen ist es wieder 0 abgeleitet. So. Das ist ein konstantes Summand. Genauso wie hier vorher. Weg. Wie schreibt man das noch um? Ja. Minus 1 Sechste. X minus 2. Genau. Und dann schreibt man meistens noch das X gleich wieder runter. Also wenn man danach mit dem irgendwie weiterarbeiten möchte, den gleichen lösen oder so, sollte man es wieder so schreiben. X hoch minus 2. Was ist über so eine Funktion zu sagen? X hoch 3 minus 1 in Klammern hoch 2. Ja. Ist eine binomische Formel. Sehr gut. Was wäre hier vor Ort falsch zu machen? Aber auf die Idee kommt wahrscheinlich sowieso keiner. Einfach zu sagen, hier steht hoch 2. Also, sage ich Potenzregel, schreibt 2 mal die Klammer hoch 1. Das wäre komplett falsch. So, mit der war schon richtig gesagt. Zweite binomische Formel. Und jetzt ganz gewöhnliches Polynom, das wir mit der Summen regeln. M6x hoch 5 minus M6x hoch 2. Jawohl. Passt das? Man kann es so kürzen oder ausklammern. Man könnte genau die 6, also wenn man möchte, könnte man hier 6x² noch ausklammern. Das ist tatsächlich eine gute Idee, wenn man damit weiterarbeiten will. 6x² ausklammern, was steht denn in der Klammer? Die letzten beiden Beispiele. Hier steht ein sogenannter Parameter drin. Das ist ein Buchstabe. Stellt euch vor, dass irgendeine Zahl hier nicht festgelegt ist. Also, t könnte zum Beispiel 2 sein. Da steht hier 2x hoch 3 plus 4. Und genauso behandelt es t auch beim Ableiten, wenn die Funktion f von x heißt. Was ist dann die Ableitung von dieser Funktion nach x? 2x hoch 2. Was passiert mit dem t? 2x hoch 2. Genau, so stehen in der Klammer. Dann steht da t mal. Jawohl. Dann sagt es halt bestimmt. 3x hoch 2. Was passiert mit plus t²? Das ist weg. Weil hier, das ist jetzt eine konstante Summand, ist weg. Und das würde man dann auch beigen als 3t x². So, dann noch eine kleine Gemeinheitsbeschluss. Wenn die Funktion f von t heißt, also t jetzt die Variable ist, dann ist x ein Parameter. Ja, also eine feste Zahl. Leitet das mal ab, aber nach t. Ja? Ja, das heißt ja, dass man nur mit dem t arbeiten muss. Also, dann steht dann x hoch 2 mal 1, also x hoch 3. Jawohl. Und dann noch das t hoch 2 anbinden, also 2 mal 5. Jawohl. Also, großer Unterschied. Hier ist ein konstanter Summand, fällt weg. Hier ist tatsächlich die Funktion t², die abgeleitet 2t ergibt. Okay, das war's.